Die Deutschen dämmert in diesen Tagen eine furchtbare Erkenntnis. Wenn gerade mal vier Konzerne den Strommarkt kontrollieren, dann ist das gar nicht gut? Haben Monopolisten vielleicht doch gar kein Herz aus Gold? Ehrlich jetzt, diese Konzern-Kofjuppen! Statt ihrem Gott, also Satan, auf Knien zu danken, dass sie noch nicht enteignet wurden, erfinden die Typen jetzt kackdreist drohende Blackouts? Ja, aber was will man da machen? Raffgierige Warzenschweine eben, abgekürzt RWE. Sie merken sicherlich, ich habe beschlossen, mich über gar nichts mehr aufzuregen. Nicht heute, nicht an diesem Tag. Kates Kleid, das war so wunderschön. Das war so schön. Wunderschön. Man macht es doch endlich. Das stöpelt rein. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön.